So, wir sind immer noch bei L'Hôpital, wir sind bei der Aufgabe 6 und wir sind hier bei der D. Also, wir haben ja gesagt, wir müssen 0 durch 0 haben, aber ich schreibe hier das Ganze mal ein bisschen um, damit wir halt aussehen, dass wir hier das mit einem Bruch zu tun haben. Und dann hätten wir halt hier auch Limes x geht gegen unendlich. Und dann hätten wir halt hier x durch i hoch x. Und wenn x gegen unendlich geht, dann haben wir hier jetzt mal den Ausdruck unendlich durch unendlich. Dann können wir halt hier ableiten, das ist ja hier auch schon entweder 0 durch 0 oder 0 durch unendlich. Dann hätten wir f' von x, also f von x ist x, also haben wir hier 1 und f' g' von x ist dann gleich e hoch x. Na, das Ganze halt aufgebaut. Dann haben wir hier Limes x geht gegen unendlich. Und dann haben wir hier 1 durch i hoch x. Also, da hier das unten gegen unendlich halt gilt und hier oben 1, dann haben wir halt hier einen Grenzwert von 0. Okay. Falls ihr dazu jetzt keine weiteren Fragen halt haben solltet, wäre es das zu der Aufgabe hier. Ich freue mich dann. Vielen Dank.